Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Rackfest mit dem Valvo, Jake und dem Joker. Dem Michi. Genau, und wir spielen wieder unser Lieblingsspiel schlechthin, das Dev-Team-Match. Wir haben es ja schon mal gezeigt, der die meisten Takedown hat es gewinnt. Und da geht es schon mal los. Ich bin wieder Team Rot, Valvo ist Grün und Joker ist Blau. Da fliegt der Erste weg vom Schanzen-Tisch und da machen wir doch mal los. Das kann er rein, wollte ich sagen. Ralf hat Angst. Hey du Sau, bleib hier. Du kannst dir eh nicht mehr fliehen. Tschüss Ralf. Oh. Oh, der sieht ja schon gut bearbeitet, der Ralf. Oh nein, 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 nein. Jetzt bin ich da unten. Legt ziemlich stark. Takedown Assist. Ich darf mich wieder zurückspawnen. Ralf ist wieder da. Leider nur der Takedown Assist. Oh, da wäre der Valvo gewesen. Der sieht schon so gefragged aus. Valvo scheint Probleme zu haben mit dem Spiel. Du stehst da nicht aus Spaß so komisch da, oder? Ja, wie? Jetzt geht es gerade. Zato. Esteban. Takuma Nahtod. Takuma Nahtod. Ja, haben wir ja in Folge 3, glaube ich, schon mal gehabt, das Death Team Match. Wir werden immer wieder kommen, dieses Match, weil das ist eins unserer Lieblingspartie hier. Oh, 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 da ist ein Kandidat, da ist ein Kandidat. Noch keiner hätte Takedown. Dann wird es Zeit. Hülkenberg, du wirst mein Takedown. Yes, erster Takedown. Irgendwann muss man auch mal anfangen hier. Und die Zuschauer wollen doch auch mal was Geiles sehen. Wollen doch auch mal wieder gesehen, dass Teile rumfliegen. Da war der nächste Takedown-Kandidat. Ich hoffe, ich finde den gleich. Es ist nicht rennt die Warsch. Da war ein Takedown-Kandidat und wenn ich ihn treffe, dann ist das mein Takedown. Nummer 2. Ich habe auch einen Takedown. Malwo auch einen. Zehn Minuten wieder, die Regeln sind bekannt. Oh, 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 scheiße. Ich habe hier auch mehrere Fahrzeuge, die dafür geeignet sind. Diesen zu... Dieses Match zu... Yes, den Bernoldi gefistet. Ja, wo Takedown Nummer 3 wird Walvo sein. Und Joker, schade, das wäre der Takedown 4 geworden. Ja, Walvo, du standst eh schon da. Du wärst eh nicht mehr weggekommen. Ich habe dich nur erlöst. Richtig. In der Schweiz nennt man sowas aus Sterbehilfe. Das ist sogar legal in der Schweiz. Die, ich mache. In der Schweiz ist das ja legal, sowas. Darf man das mal gerne machen. Das mal kurz Behindertenhilfe leisten. Der Pornokrall ist Takedown, kommt nicht weiter. Ach komm, Takedown, oder ist der deinem Team? Ach, was ist das? Ja, leider in meinem Team. Porno-Dummbacke. Na, mal gucke hier, ob noch was... Nein, nicht runterfallen kann. Oh, Michi. Walvo fällt da runter, Mikelland. Oh, den habe ich schön verfehlt. Ja. Der flog mal schön durch die Gegend. Joker, wie willst du den Takedown haben von mir? Man, du kommst doch stehen. Du kriegst keinen Takedown. Ah komm, ich schenk dir den Takedown. Wird ja auch dein zweiter sein schon, ne? Dein Dritter. Oh, wir sind gleich auf, wenn ich das gewusst hätte, ich dir den Takedown nicht überlasse. Aber was soll's, Nick Heidfeld ist jetzt mal weg. Ey, ganz ernsthaft, die sind alle so blöd. Ich meine auf... Boah! Dein Team grünen Lichternet, hä? HAAA! Fick dich! Ich wollte scheiße durchfödern. Hat auch nicht gereicht. Dafür hüten wirk mal vier. Alle Platz da machen. Ich muss zum Malm. Platz da mit dem Mazda! Takedown assist. Auf Wiedersehen! HAAA! Jetzt gibt's nicht! Aua! Pornoralle hat nichts in's. Oh, da ist so, wo sie soll. Ah, da... Ihr Grüner seid die blödesten von allen, ey. Da kommt der Jock und dahinter gleich der Felsler. Wer ihn nicht trifft, der wäre ein Takedown-Kandidat geworden, der Joker. Aber... Ja, Takedown Nummer 5. Joker legt wieder los. Pfff! Ich krieg dich mal diese Karre dafür, ey. Oh, herrlich. Du hast dasselbe wie ich, oder? Den Mut, Digger? Digger. Stimmt, den hast du auch, ey. Der ist besser wie der Rammer, wie ich jetzt auch schon festgestellt. Oh, 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 das Takedown-Kandidat. Randy Marr, steh mal hinterher. Aber der tut mir jetzt auch bald noch einen vorlege hier. Komm, Kobayashi, ich will auch was. Also wird das nix mit dem Team, das ist ja grauenhaft. Na, Jockel. Hast du stehen? Ich komm da hochgesprungen. Steht da vielleicht unten grad einer, den ich mir zurechtlege kann? Nick Heidfeld. Na, den eigenen Mann. Aber da wär Ralf gewesen. Ich hab nur die Kamera zurückgeblickt, da kommt da was reingeflochen. Halt, du Sau. Bleib stehen, Ralf. Oh. Ja, die Rosette. Ah, schade. Wollt ihm die Rosette. Ah. Ja, jetzt muss ich mich zurücksetzen. Schade, da unten wär der Ralf gewesen, aber... Ich hab den Rosette. Oh, endlich, Herr Karl. Ja, Tag war Nummer 6. Oh, ficken. Ich hab noch hinten runter auf meine Tag-Nahe geschafft. Okay. War wahrscheinlich der Ralf, oder den du da kaputt gemacht hast, oder? Ja, der Saab, oder? Weg da. Ja, neulie. Tag war Nummer 5. Da hast du aber Schweine gehabt. Da hast du Schweine gehabt. Ah, ja, ja. Lern erst mal... Lern erst mal fahren, hier. Was fühlst du mich da angesprochen? Der Michi hat Schweine gehabt. Also... Oh Gott! Das hat's nicht gewissen. Vorne, um alle bestärken, das macht Sato. Sato, komm her! Oh! Blöder Arsch! Stopp! Die sind alle irgendwo unter der Strecke. Hier ist ja kaum noch jemand. Eee, die sind alle zu blöd. Die von den Grünen. Schade, weil die liegen alle irgendwo unter der Strecke oder nebendran. Das ist ja... Auf dem Feld fahrt ja kaum jemand, den man treffen kann noch. Jean-Marie, doppelt Spaß! Das Einzige war... Das ist... Können wir etwa dich treffen oder den Joker oder... Und hier kam noch ein Sau, weil die alle... Dang! Dang! Porno, reile mal ordentlich... Aber waren nicht gereilt? Und da ist Takedown! Alter Brudy, du bist die blödeste Kackfresser, diese Takedown bleibt einfach so stehen. Takedown 9, oder? Hat er nicht gezählt. Schade, weil ich dachte, er hätte gezählt, weil ich wäre ein Takedown gewesen für dich. Ja, aber leider war da noch richtig einer zwischen uns. Oh, ich flieg an denen vorbei. Es ist aber auch kaum irgendjemand da, den man treffen kann. Das ist aber in der Runde echt mies. Wie viel hat es dir gekostet, Joghurt? Na, aber den Bessler mal vergewohltigt nicht. Hier gibt es nichts mehr zu hohen. Ich muss jetzt ausschauen, ob irgendwo unter der Strecke jemand liegt. Naja, in 28 Sekunden wird es wohl schwierig werden. Vielleicht hier den Tor... Ja! Takedown 4, endlich! Immerhin... Wie kann man nochmal die Kameraperspektive... Mit C... Glaub ich, war C, oder? Ja! Scheiße! Ja, danke! Ach Mist, da wären jetzt noch zwei mögliche Takedowns gewesen. Ja, Joghurt! Ach... Wären noch zwei Takedown Chancen gewesen, aber die Zeit hat nämlich gereicht. Aber Joghurt, da sieht man mal, wer das Spiel auch noch besser drauf hat. Nämlich schon. Aber man muss nicht sagen, dass das Fahrzeug ziemlich... Wenn du die Stärke da richtig hast... Ja! Das hält mehr aus als der Rammer. Ja! Naja, du kannst so einfach... ...einfach... ...drehen... Auf der Schanze kann man halt einfach von unten einem voll... ...draufknallen. Ist ja schon wieder kaum... In der Frau, ja? Ist ja schon wieder kaum eine Sau da. Wo sind denn die alle? Schon wieder runtergefallen, oder wie? Kein Bock, Joghurt! Das ist ja ätzend. Da ist ja kaum einer im Feld heute. Was machen denn die in die alle keine Lust hier? Der Heidfeld fliegt schon vor mir runter. Aber das Rücksetzen haben sie verbessert, auf jeden Fall. Kann man wieder öfter... Man kann sich jetzt doch zurücksetzen, wenn man irgendwo in der Mitte coolert. Warte Nummer 1... Oh, ist der Heidfeld geflogen! Und du hast jetzt Nummer 3! Oh, wie ist der Heidfeld besorgt! Wird mir auch öfters mal Press-Enter-Angebote. Dem Estevan Ocon... Leider hat der zu wenig... ...drauf. Oh, ich fahr da vorbei! Ach, Heidfeld eh! Ohhohohohohohohohoho... Ich liebe es! Ich liebe es! Da, 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 da... Ich krieg... ...den Take Down nicht, nur Assist. Schwach! Schwache Runde im Moment läuft... ...lö... ...Läuft's nicht mehr so... muss man gucken ob wieder einer irgendwo unter in der map drin liegt nur ein eigene es nützt mir leider recht wenig nützt mir leider nix vorwendig er geht doch weg und da werde akku maz du bist doch so blöd zum kacken kreik doch mal fünf halt ab wurde nein 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 das ist heute noch besser du sag bist du hast du dich zurücksetzen wenn ich ankomme ne ich bin da oben ist dass sie mich setzen da oben wäre jetzt wieder so ein Kandidat gewesen mal gucken ob ich da rankommen ach jetzt haut er mir wieder ab jetzt haut er mir wieder ab er ist die Beine hochkriegt danke Walvo für diese Vorlage ich müsste so ein Assist gekriegt habe da fiegt er mich im Szenen immerhin wenigstens kein äh nein lass der Walvo zu verholen keine Nullrunde jetzt hier aber schwache Runde das blöde ist dass die nicht immer so eine Krüppchen Bildung heute bildet wie sonst die letzten Tage wo man dann mal immer schön mitten in das Feld rein fahren kann das scheint heute die scheinen heute alle irgendwie kein Bock zu haben da drauf bis bald wird die Regeln von dem Spiel ja nicht verstanden ich fick mich selber und endlich hast du die Regeln von dem Spiel verstanden ich befürchte Kali die Rosette Blau naa der Kali Wendlinger den fick ich auch jedes Mal die Rosette Blau wow jawoll das hat jetzt endlich Takedown gepasst Joker, der ist der Dominator allein nach der die der findet die Ecke wo wir nicht hinkommen der findet die ganzen Leute noch witzig auch nicht die Karre hab ich dich die ich alleine beim Start 3 Takedowns bekommen habe weil ich vor mir 3 Leute habe die ich einfach keinen Abstand zu unterschüssen habe Na, rise like a Bundesbeißler, ja Boah, fickt der Beißler den Windling ab Boah, was für sich dich auch gleich hinterher Ja, scho Auf dem Klo Was macht den Papis da für eine Spangenschaftsgenastik? Ja, BAM Lass meinen Papis Bro in Ruhe nein Oh, ein fauler Gott zu beeeeen Oh, tschüss, jeser Nein, nein Papst, du Arsch Du Arsch Jawohl, jetzt endlich wieder mal ein Takedown Ich kann auf jeden Fall noch einen Süßes bekommen. Schade, schade, jetzt häng ich da. Schade, den Papis hätt ich noch gern getroffen. Aber da ist ein Klavikauf. Wie der Paisler in der Jog oder Duschen nicht zu drehen. Das heißt ja für ihn hier. Ich bin echt wieder so hochkantig. Moment, da ist aber jeder Schein. Egal. Michi. Michi. Habe ich dich mal? Ernsthaft? Ich habe dich nicht gefickt Michi. Äh doch, ich habe 1% jetzt nur noch. Nur toll. Pornorelle. Oh nein. Hat nicht gereicht. Kompläne drunter. Jetzt kann ich nochmal neu starten, sehr schön. Oh hier, kommt Büchstück. Karol, Büchstück. Nicht Wendlinger. Oh, der ist nochmal witzig. Mal gucken, wo jetzt hier wieder ein ist. Alter. Das ist gut. Oh, 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 oh. Der Papi ist da hinten richtig einfach mal selber. Der Raubt, der Naldo. Mitkommen. Der Rumpf, der Naldo. Der Naldo. Weg da nochmal 5. Oh, der Weißler wird doch gefickt von uns. Von links und von rechts. Der so schön sein Arsch spielt Und das Bessler gefällt das Aua Jocke Yeah! Schön gefickt Takedown Nummer 6 Danke Michi Das ist ja nett Takedown 11 Danke, dass ihr schön an der Scheiß-Dreckskante hängt Phrrrr Ich... Oh Huch Huch Hach, halt fällt mir die Wappen Pah Ja Oh Porno, hallo Michi wieso lässt du dich gerade jetzt rücksetzen Ne, ich lasse mich runterfallen und gucke, ob da unten noch welche sind, die mir treffen können. Jawohl, Takedown Nummer 4. Jetzt kommt der Jocke runtergebürstet. Na da. Und Takedown Nummer 5. Sehr schön. Habe ich da unten noch ein paar mitgenommen, die sowieso nicht mehr weg vom Fleck kommen, um meine Statistik aufzupolieren. Und einer erbärmlichen Runde. Aber ich habe fast nicht an das zu sagen. Da kriegt nichts mehr hin, da kriegt nichts mehr hin. Ey, hier geblieben, Wendlinger, Kali. Möchte ich durchbödern. Ne, zweiter Platz. Joker hat einen neuen Rekord aufgestellt. In 10 Minuten 11 Takedowns. Das hast du bisher nur 12 Takedowns in 20 Minuten geschafft. Stark. Ne, Jogel. Neuer Rekord. Oh, ne, Jogel. So. Vielleicht haben wir diesmal eine bessere Runde. Oh, Yamamoto. Mit deiner kleinen Karte. Mit deiner kleinen Karte. Da hängt jetzt 5 Takedowns durch die geschenkten Takedowns. Ja, dann fährt natürlich... Ich bin durchschnittst, ey. Dann fegt da der eigene mir vor die Schnauze. Habe ich ihn erwischt. Habe ich ihn erwischt. Schön durchgeburstet. Du gebürstest Teil 1. Oh, Hülkenbeck, du Sackratte. Da schnetzelt der Jogger wieder da hin. Ich erkennt mal, wenn ich es gut. Hinter dir. Also ich fuhr dir jetzt am ersten Mal. Ich hab schon 10 von meinem eigenen Glück. Kuckuck. Nein, nein. Esteban Schokron. Bist du Esteban. Was, ich hab den voll getroffen, das gibt nur ein Ass. Na, passt. Nein, nicht dich, den Esteban. Den hab ich doch getroffen. Oder zumindest den Kobayashi. Das gibt nur ein Assist. Schick Fick Heidfeld. Dick Fick Heidfeld. Hülkenbeck! Nein, du dumme Sacknase. Nein, du. Das war meiner. Den wollte ich haben, wenn er fällt. Den wollte ich durchbürsten. Oh, shit. Jawoll. Endlich. Er hat statt Legdown. Das hat aber lange gedauert. Das dauert, Wendlinger. Du wirst mein zweiter werde jetzt. Meine dritten. Ist der Beißen. Das ist der Beißen. Das ist der Beißen. Das ist der Beißen. Das ist der Beißen. Oh, Alter. Das ist der Beißen. Das ist natürlich nicht schön. Der hängt gleich immer wieder drinnen. So, jetzt. Wenn sich jetzt wieder so eine schöne Probe bilden wird, wo man mal mitten ins Feld reinfahren kann. Aber das sind mir heute alle zu blöd hier heute. Nein! 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 Scheiiss! Scheiiiss! Was war denn? Kapitri. Ah! The animal! Anymore! den hab ich da raus geholt, ey. Na blöd, dann spann das, Animoooor. Kamuui! Kuoyash! Achso, ist dein eigener. Hm, Yookaa! Yookaa! Mission! Oh! Satu, Satu, Satu! Yookaa! Takedown 4! Takedown 4! Oh, ja. Irgendwo hab ich gesehen, hängt schon wieder einer da unten. Pornorelle, jawohl! Wieder schön bekommen! Weltklasse! Yamamoto! Boah, war der wohl die erste Schubbox? Oh, ja. Ja. Einmal das Arschloch, das ist hier, oh Gott, Bude! Sorry. Dann kommt daheim fucking der Michi. War der eigene, was steht da? Ja! So dumm in den Weg! Fünf Minuten, ich weiß, dass noch irgendwas... Fick, Schickheit fällt fast down. Komm her, komm her, Schatzen! Papes, 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 Papes! PAPES! Ah! Rückstück, Heidfeld! Läuft dich gerade so, wie ich's mir vorstelle, ne? Ich wollte dich eigentlich gar nicht ficken, aber... Oh, cool! Alter, Heidfeld, du hast ne... So, jetzt... Jetzt hast du dein Leben verwirkt! Verwirkt! Der Nick Heidfeld! Ah! Nada! Bode! 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 Steh, du Sack! Er bleibt nicht stehen! Wie ich euch nachfass. Der Sack, er haut lieber... Er fährt lieber runter! Halt! Ich schenk dir den Takedown nicht! Ich leb ja noch, sehr schön! Dann kann ich ja hier unten gucken, ob noch irgendeiner.. Bereitwillig zum Takedown antritt. Einesler! Boah, shit! Ja, genau nach... Wie macht der Michi das? Nein, jetzt hängt er drin Da unten wäre der Kobayashi Okay Windlinger Kali Der hat mich gebrackt Da hat die Rosette geklingelt Kali Das gibt einen Takedown Das ist definitiv ein Takedown Bäm Ich liebe es Ui Da haben wir zwei Kandidaten gewesen Der Terez kommt zum Spielen Ah, was ist der Takedown? Hat es gar nicht Ich habe die Faked Bäm Rosette, komm her du Lippe Nein, du Oh, das ist auch der Inge-Patt Thomas ist Inge So Esteban, du wirst mein Takedown Esteban, mein Takedown Und jetzt da Oh, tschüss Kali Sechster Takedown Langsam kann man sich mit der Runde jetzt ein bisschen anfreuen Ja, ich bin in Ruhe Steht er jetzt da schon wieder, Nick Heidfeld Takedown 7 Jetzt endlich So muss das jetzt sein Und du Ralf musst gleich dran glauben An meiner Wut Wut? Wer hätte denn hier noch so schön Eric Gormas Flügt der Bezler durch Der Bastion Bunt Ach, scheiße, verfehle ich Das bleibt spannend hier Na, Sato? Haben wir den Rückwärtsgang aktiviert? Aktiviert Und da fliegt einer vor meine Augen runter So eine Dreck-Sau, so eine Blöde So eine Dreck-Sau Anymore Und der nächste Takedown Kali Das ist so eine Dreck-Sau Anymore Und der nächste Takedown Neun Takedowns Ja, so Oh, und jetzt Jetzt bin ich bereit, den Joker zu crashen Jetzt ist der Joker fertig Jetzt ist er dran Jetzt ist er dran Na, jetzt Wenn du ihn erwischt, ist er dran Wenn du ihn erwischt, ist er dran Ach nee Er kann nie drauf hinkommen Erstmal ist er nicht Aber er wollte es an Ey, lass mir den Kali Ich dachte, den schön durchfühst Du Takedown Anymore Nein Ja, wen klingt er Kali, ne? Klingt es in der Rosette Mach er weiter lieber runter Die alte Sackfeite Aber da unten hättest du, glaub ich, auch noch ein paar Kandidaten Bäm 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 Halt da Ich war dem Papis drauf Dann hab ich den zehnten Takedown Ich dachte, ich hätte mehr Pums drauf 13 Sekunden Meiner hat beinahe entschieden Stärke Ja Und Zeit läuft ab Ah, schade Oh Oh, oh, oh Stark Stark nicht Yes, yes Warum hab ich gewonnen? Ach, weil ich nur zweimal kaputt gegangen bin Okay Also bei Takedown-Gleichheit zählt die Anzahl der Fracks Stark Ich hab unten noch einen erwischt zum Schluss Boah Ich werd mal eine andere Karre jetzt nehmen Also ich hätt noch Lust auf eins Jetzt bin ich endlich warm geworden Wie lang nehmen wir denn hier eigentlich auf? Nimmt der schon bestimmt eine Stunde auf Ach, erst 31 Minuten? Ja, da geht noch was Ist noch viel zu Elmar da door Also ich bin mit der Karre zufrieden Eiko, Eiko, jetzt einfach mal Was an und ausprobieren Deutscher Meister Wir ficken alle Anymore Deutscher Meister Aber 10 wird jetzt schwierig aus der Runde Aber jetzt Ja, so wird natürlich 10 schwierig Aber da war jetzt auch das Glück auf meiner Seite Dass ich die jetzt mal erwischt hab auch BAm Ja, meiner fliegt jetzt natürlich schon zu sehr hoch Hohohohoho Na, der PerIRE ist auch nicht übergewohltig Ja, deswegen lege ich jetzt auf den Kopf Dann muss ich jetzt wieder runter Check it out Ja, 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 ja Der Ralph Schumacher Takedown Assist habe ich jetzt nur gekriegt Das sollte jetzt mein erster Takedown wäre Oh der hat aber gezuckelt hier Ich kann damage machen Hängt schon wieder Was ich als Gefühl habe Man hängt jetzt öfters als vorher In der Seite drin Und das Zurücksetzen kann man anscheinend Jetzt wieder jede Sekunde machen Ralf Schumacher wäre so ein Kandidat Für später Wie Ein Kandidat für später Oh Nick Heidfeld Komm mal Nick Heidfeld Der dich erlöse macht Ach Arschloch hat mir irgend so ein KI-Idiot den weggenommen Hey das ist mein Takedown gewesen Die Penner Oh 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 Den musste ich durchnehmen Ich Mein Freund Ein Japans Japanische Sukku Oh Michi ist halb down Ich hole noch in Japsens auf Kopf ein Oh 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 Hat ein Takedown Hat ein Takedown gegeppet und hat mich selber gefrackt So kann man es So kann man es auch machen Ja weil die schenkt dem Walvo ein Takedown sehe ich so aus Baaaaaa Ich schweifle ein Kipp mit mir Hallo Walvo Hi Hehehe 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 Fuck Oh Schenk ich dir Socken oder was Hehehe Der Hütenberg kaputt es gab nur ein Assist Ich habe den voll getroffen Das ist beschiss Na vielleicht hier der Nick Heidfeld Ach das ist wieder so ein eigener Idiot Wer ist denn hier gerade am wegfracken Ich schau und guck Ja Vielleicht muss man auch mal wieder Ja Ich rinke dich noch Ich rinke dich noch So 3 Takedowns Äh Leck Kobayashi Nico Hülkelberg Und Nick Heidfeld Takedown 4 Takedown 4 Nein mich umlässs dich gerade jetzt zurücksetzen Der Sack Ich schenke doch dir kein Takedown Lalalala Das war knapp Hülkelberg Takedown 5 Mich geht ab Rektar Das ist ein Runden da Ja ja das ist unbedingt noch eine Runde die super ist Scheiße Und gut die Rest Das war eben mein eigener Aber weil wir jetzt noch zurücksetzen Das ist der Wahlwunde Der kommt hier Mich zu Treffen Weil der trifft mich sowieso nicht sehr nimmer Oh, das ist der Joker, ich hau mal lieber ab. Ich hau mal lieber ab. Und guck mal, was da unten... Sind das, ey, Teamspiel oder was? Ich guck mal, was da unten sich noch so tummelt. Vielleicht gibt es ja da noch ein paar, die gefügig sind, hier getakedown zu werden. Aber hier unten ist ja gar keine Sau, das ist ja langweilig. Oh, hier geht es voll ab. Dafür sind die alle wieder hier. Da kann man mal mit in das Feld hineinfahren. Jawohl, das wollen wir sehen. Takedown 6. Das sind ja die ganzen Schwanzkimmel wie Lutschei. Ja, sehr schön, danke schön fürs Bremsen. Bäm, Oberdornbus, quarek, quarek, du Sau. Oh, der wollte nicht verrecken hier. Komm, fahr mal zur Seite, Randy Marsch. Verreck. Ralf Schuhmacher, verreck. Takedown Nummer 9. Joker ist eh nicht einzuholen. Der hat heute eine schwache Runde gehabt vorhin, deswegen hat er so viele Takedowns nicht geschafft. Deswegen konnte ich überhaupt gewinnen, weil er so eine schwache Runde hatte. Schwach. Ah ja, ich war ja vorne. Warum auch immer. So, Robert Dornbus, jetzt endlich Takedown 7. So, da sind doch bestimmt noch ein paar in der Runde. Komm, diesen Österreicher beseitigen wir mal schnell. Tschüss. Weg mit dir. Fracked. Aber Takedown 8, yes! Kann ich dem Joker noch überholen? Nein, jetzt nicht mehr. Breakfast. Ja, das wollen die Zuschauer, das wollen die Zuschauer sehen, das zeichnet das Spiel aus. Takedown 9. Da kommt der Messler runtergefliegt. Das zeichnet das Spiel hier aus, liebe Zuschauer. Takedown. Oh nein. Ah, Heidfeld, du Arschkrampe. Bleib hier, Heidfeld. Ja, Takedown 10, yes! Und noch immer zwei Minuten. Und da heißt es mal wieder, mitten in das Feld hineinfahren! Jawohl, jetzt sind endlich mal hier wieder genug Leute. Oh, der Heidfeld, der blickt's auch nicht. Der will auch sehr oft getakedown'd werden. Schon wieder sehr schön vom Schanzetisch geflogen. Komm, Nick Heidfeld, ich geb's dir nochmal. Jawohl, Takedown 11! Geht überhaupt nicht schwul. Hätte mal zwölf sein müssen. So, jetzt ist ein Kopf-an-Kopf-Renne. Reib hier, Rosset. Ah! Valvaza! Ich steh mal hier, Valvaza. Schade, ich hab ihn noch nicht erwischt, Valvaza. Knappjocke. Ich hab aber dafür eigentlich deinen Kollegen bekommen. Manrat zwölf. Hat sich zurückgespawnt, der Valvo, ne? Nein, nein, Michi. Fuck. Verbixt das immer. Ah, ich schenk euch doch nix mehr. Du hast ja nicht ganz unrecht, ne? Wenn du so denkst. Ich hol mir meinen zwölften Takedown an Sebastian Bordet. Oui, oui, merci. Werde ich auch gelb. Ich hab's nicht mehr überholt. Zehn Minuten, die absolute Bestmarke jetzt. Von zwölf Takedowns. Die hält noch den Joker. Aber vielleicht geht da noch was. 50 Sekunden. Das sind noch ein paar. Ach, ist der Heizfeld da. Ach, du ist falsch. Danke fürs Reinschubs noch in den anderen. Takedown 13. Geht ab. Neue Bestmarke wird so weit. Ja, Takedown 13. Oh, der Joker macht. Hast du die selbe Kaga, oder wie? Ne, ne, er hat ne andere. Hast du die, weißt du die, die der Joker sonst macht? Ja, ich bin mein Auto treu geblieben. Joker hat seins gewechselt. Boah. Joker, 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 Joker. Ich fick alle anderen hinter mir und bin weg. Ah, der Mischung der Joker. Zweimal in Folge. Und auch heute zweimal. Aber die haben eindeutig den Schaden an den Autos erhöht, den du machen kannst. Auch mit dem El Matador kannst du sonst nicht viel Schaden anrichten. Du kannst aber auch, je nachdem, mehr Schaden bekomme, hab ich jetzt schon das Gefühl gehabt, in den Rennen davor. Aber, glaube ich, man kann auch mehr Schaden selber kriegen. Wollen wir noch, wollen wir noch mal? Ah, 42 Minuten, komm, das geht halt mal eine Stunde, was soll's. Geht halt der Part mal eine Stunde, die Leute. Sir Crashalord bin ich jetzt. Sir Crashalord bin ich jetzt. So, das hört sich gut an. Sir Crashalord bin ich jetzt im Level. Ob die Zuschauer wollen, das sehe, dass es hier abgeht. Aber ob ich jetzt die Bestmarke von 13 nochmal reite, das glaube ich jetzt nicht mehr. Aber jetzt bin ich ja mal warm geworden. So warm wie ein Bruder in Köln. Alter, der Rosett packt in mir drin. Und gleich der erste Take-Down. Oh, wir wollen mal in die Marsch, machen wir gleich weiter. Den Fick in meiner Arsch, den Randy Marsch. Habe ich heute auch wenigstens mal zwei Siege geholt. Kann ich diese Runde jetzt entspannt angehe. Und Karl Wendlinger muss leider dafür leiden. Genauso wie der Esteban Ocon. Oh, shit. Ne, der heißt Ocon, nicht Oshit. Aber egal. Nick Heidfeld, du bist glaube ich auch so ein Kandidat. Du möchtest heute auch gern gecrasht werden. Du blickst heute glaube ich auch nicht. Okay, Heidfeld, du hast irgendwie auch noch nie geblickt. Wir haben mal davon abgesehen. Der Formel 1 hast du, Idiot. Ja, kein einziges Rennen gewonnen. Takedown 1. Ich weiß nicht, wie das geht. Du musst mir helfen. Da fehlt noch was. Der Motor. Hier fehlt auch gleich ein Motorblock bei einem Kollegen. Das gibt doch Takedown Nummer 2. Ja, jawoll. Eriko Maas, Takedown 3. Oh, shit. Na, du warst jetzt uninteressant. Du hast ja gar keinen Schaden. Oh, Karot Shandok. Karot Shandok, Takedown 4. Yes. Du stinkst noch nicht. Nein, nein. Ich will dich nicht. Es ist wederisch bei denen, die ihr durchbüßtet. Nein, du hast doch nicht seine Tage weg. Da kommt der Beißler runtergeballert. Ja, der zerstört sich selber. Sehr schön, wie viele Überschläge das Auto kann. Ich glaube, das haben sie auch verändert. BODEEEH! Da hängt der Jocke. Ich wollte schon der Holländer hier, der Robert Dornbus. Ich will, ich lege Käse essen. Nein, schie, ist er, du Kacke. Oh, here's the one. Here's the one. Wieso mich, ey, der Zitat, ey. Ich will. Das will ich auch. Ich will. Micky! Ah! Oh, komm. Pornoralle, ja! Oh, schade. Takedown 5. Wie ich den auch immer getroffen hab, frag ich mich auch. Den hab ich nämlich gar nicht richtig getroffen. Die Karre ist eindeutig overpowered, der Mutiger. Karl Wendlinger, bleib hier! Du bist mein sechster Takedown! Jawoll! Jawoll, mich! Das ist mir auch nicht gut. Ich liebe es. Hast du jetzt gekriegt, den Takedown? Ne, Takedown, das ist nur. Schade, weil eigentlich hast du mich voll getroffen. Ja, aber sobald du denn danach noch aufkommst... Ach so, dann zählt es nicht. Takedown Assist, ja, weil... Oder wenn den anderen den auch trifft, dann kriegst du auch noch einen Assist. Genauso, wenn ich einen eigenen von mir kille. Dann kriegst du auch... Du hast davor angehittet. Pornoralle, hallo! Hülkenberg 7! Ey, komm Rosette. Das ist schon Behindertenhilfe, was ich da mache. Findest du den echt so überpowert, den wir, Digga? Du meinst, der macht schon Schaden, das Ding. Du hast wahrscheinlich... Ich weiß ja nicht, wie du bislang spielst, aber bislang, Michi, gehst du ziemlich wenig down mit dem, Digga. Deswegen nehme ich den ja auch. Da ist der halt noch nicht so anfällig. Ich habe zwar ein bisschen getunet mit Seitenstangen, aber das allein kann ja noch nicht... In Japan ist der echt so blöd zum Grad ausfahren. Ja, ich dachte, crashen können die Japsen. Der schickt mir hier den. Ich. Den gut hier ist. Alf, bleib hier! Alf? Das war jetzt der Takedown vom Joker. Der hat jetzt meine Vorlage genützt. Ich lach mich tot. Ey, den habe ich doch eindeutig getroffen, den Kobayashi. Aber tschüss, Gutierrez. Hey, Jörg! Takedown 8! Tschüss, Pornbrusch. Ah, reicht es? Reicht es? Takedown 9! Noch 5 Minuten! Ja, geht noch was! Bei Bad Way! Lass uns mal wetten! Ja, schön, weil den Michi von der Seite kastriert. Hat nicht gereicht, Valvo. Aber du siehst ja sehr aus, als könntest du es. War mal ein 4er. 4er für uns 2. Dann kommt der unten. Nala! Ficken! Opa, Dornboos! Ohne Moos nix los, Dornboos. Das weißt du doch. Und Randy Marsch! Perfekt, Dornboos schenken. Ich bin noch an ihn ran. Ich sprung, dass ich noch nicht hatte. Okay, ich habe keiner gekriegt, nur Assists. Aber weil du noch einen getroffen hast, gell? Ja. Ja. Papus, bleib stehen. Ja, du. Ralf. Gut. Oh Gott, das ist mein eigener. Ja, dass der Ding reinfällt. Da ist der Ding. Na komm. Es wird mal wieder Zeit, von der Skisprungschanze zu kommen. Oh. Oh. Was für eine Wahnsinnsrunde hier. Oh, oh. Geh nochmal in Zeitruppe. Bonde. Bonde, nicht noch von Selbststabs. Mach nicht von Selbststabs. Den folgen hier, Bonde. Mach mich da um. Ach, ich schiziere. Und wo will er denn? Selbststabs. TAKE DOWN 10 Ah, TAKE DOWN Arschkopf OOOOH Du die Fs So Boah, Nolli Oh, durchgebackt Ja, gerade die Wendlinger erst, ja Schade, durchgebackt Wie so'n Kuchen Ich wollte eigentlich den Ocon zurechtlegen Und dann ist der da durch die Strecke durchgebackt Glaube es hackt hier Wieso das leckere Hack? Ich steh lieber auf gute Butter Ah, jetzt hat er nen TAKE DOWN gekriegt, der Joker Oh, ich schmell mittlerweile schon auf der Ferse, okay Zwei stehen Auch knapp Knotativwertung 134-133-233 Ich komme, schattet Du brauchst jetzt volle Pussy Bitchkack Ja, TAKE DOWN 12 Hat allen vorbei Und auch noch Yamamoto, der unter der Rücke steckt Alters, spielt wie es da ab Da spielen sich Szenen ab Den O'Connor hat den Walvo gekriegt jetzt. Yes, yes, yes. Und den Shuntok leg ich mir zurecht. Ja, der eigene fährt mir schön rein. Ach komm, ich kann doch nochmal von der Skisprungsschanze kommen. Ich glaube, da ist so ein schönes Feld. Zwölf Takedowns sieht es entspannt aus. Einfach mal mitten in so eine Scheiße reinzukacheln. Michi! Mal mitten in das Feld hinein! Das gab schon... Es geht ab, es geht ab, meine Damen und Herren. Sie erleben hier Historisches. Nein, hier top. Oh Gott, wenn ich die Klinge nach Rundhau schreibe. Betten, dass sich der Jake auch weiter das Spiel kauft. Oh, da hat mich einer getakedown. Mie, ist der was? Oh, boah, gerade, sorry. Das müssen wir zusammenziehen. Sorry, Kralle. Mie, ist der was? Hat nicht ganz gereicht. Nein, das war meiner. Es wird spannend. Der hat nicht für mich gezählt als Takedown. Nee, Bösch. Alter, es zählt alles gerade nicht für mich. Für mich auch nicht. Ich habe eigentlich zwei getroffen im Endeffekt. Aber gezählt haben... Ja, wer wollen die denn noch eigentlich? Takedown 11. Jetzt wird es spannend. Das ist so möglich, oder? Nee. Den habe ich getroffen. Kriegt den nicht, den Takedown? Nein. Nein, Randy, Mann. Ich bin guter. Nein, ich bin geragged. Ich bin jetzt nicht durchgefühlt. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ich bin zu oft gestorben. Michi ist wieder am Vorteil. Es wäre mir noch lieber. Ich würde noch irgendeinen treffen. Ich würde sich nicht zollen. Dobos. Und wieder wieder. Yes, hat gereicht. Wieder nur, weil ich weniger kaputt gegangen bin. Boah, alter Jockel, du Sack. Der hat ja wohl die noch pusten neben dir. Ich hätte noch einen, eigentlich hätte ich noch einen treffen müssen, aber dann irgendwie. Boah, liebe Zuschauer. Also, es war genial. Let's go. Joker wechselt der Waage. Wir haben mal den Brot Slayer GT aus. Dann warte mal, dann warte mal noch kurz, dann mache ich mal eine neue Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Halleluja. Tschüss. Der Waage Slayer.